Nächste Challenge. Wo befindet sich, in welchem Raum befindet sich die nächste Aufgabe? Buden bauen. Die Fantasie eines Kindes sieht es vor, irgendwann mal alles in einem Raum auf den Kopf zu stellen, couchen, sofen, so umzudrehen, Bettlaken drüber, um eine tolle Höhle oder eine Bude zu bauen. Ich glaube, jeder sagt dazu auch was anderes. Bei uns hieß es immer Bude. Wie heißt es bei euch? Hütte, Bude. Wir haben für euch auch mal eine Bude gebaut und zwar in der XXXXXXXL-Version und haben euch in bequeme Overalls gepackt und durch dieses Labyrinth geschickt. Und zwar wollten wir einfach mal die Fantasie von Kindern vermischen mit der Arbeit von professionellen Fernsehrequisitenbauten. Und da ist was ganz, ganz Tolles, Kreatives bei rumgekommen. Wir haben euch durch diese Höhlen gejagt und wollten mal gucken, wer es schneller wieder raus schafft. Das hier war das Kinderzimmer. Bitteschön. Willkommen. Ihr müsst so schnell wie möglich durch dieses Höhlenlabyrinth. Auf dem Weg erwarten euch Aufgaben, die ihr lösen müsst. Schafft ihr es nicht, gibt es Zeitstrafen. Ihr könnt das Labyrinth nur gemeinsam besiegen und dürft niemanden zurücklassen. Seid ihr bereit? Dann stürzt euch ins Abenteuer. Komm mal los. Und ab. Komm, komm, komm. Hopp, hopp, hopp. Da steht eine Tochter. Jede Tochter hat einen Bruder. Bringe alle Kinder der Mutter mit raus. Lies doch mal die Aufgabe. Eine Mutter hat vier Töchter. Jede Tochter hat einen Bruder. Bringe alle Kinder der Mutter mit raus. Fünf Kinder sind das dann. Das ist ja der eine und derselbe Bruder. Ein Mädchen und ein Bruder. Wie viele? Vier Mädchen und ein Junge. Nimm mit. Wie viele Töchter hat die? Vier Töchter steht auf dem Schiff. Vier Mädchen und ein Junge sind es dann. Mitbringen. Hier rein tun. Komm schnell, 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 schnell. Los, hopp, 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 hopp. Und hopp, jetzt hier rein. So, vier, eins. Leute, da hat sich was geöffnet. Ich hab's geöffnet. Vorsicht Lava. Ihr dürft erst weiter, wenn ihr die passenden Teile eingesetzt habt. Hier ist ein Puzzleteil. Das Puzzleteil steht auf. Ist da noch? Hier ist noch eins. Und hier. Hopp, hopp, hopp. Ihr braucht vier-eckiges Ende. Das ist das Ende. Das ist das Ende. Die hier kommen aneinander. Die. So, zwei Ecken. Hier. Und das hier. Und das zum Schluss. Hier das Endstück. Nicht die Lava berühren. Endstück. Nicht die Lava berühren. Okay. Und Hühlen links. Nach hinten. Alles nach unten. Kommst du durch? Siehst du was? Nach hinten. Kommst du durch? Ja, du bist hier durch. Und weiter. Wie viel ist das? Nimm die Kissen und kommst durch. Und weiter. Nach hinten. Hier ist ein Fettes. Kommt durch. Kommt. Kommt. Weiter. 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 Alle Mann da? Nein, noch nicht. Nein, noch nicht. Kein eins. Okay. 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 Welches Tier wird gesucht? Der Hinweis versteckt sich hinter den Karten. Drei von euch treten an. Ihr habt 90 Sekunden Zeit, das richtige Tier zu identifizieren. Das Spiel beginnt ab jetzt. Das Spiel beginnt ab jetzt. André. Und weiter. Rechts. Mehr rechts. Mach mal mehr. Unten. Ich. 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 Aber denke ich. Ich habe. Ich habe nicht. Ich habe, ich habe, ich habe. Ich habe. Ich habe, ich habe, ich habe. Ach ja. Ich habe. Ich habe. Nothing für mich ist unten. Ich habe. Nach unten. Ich habe. Wir sehen nichts unten. Okay. Ich habe genau einen ... Höcker. Höcker, Höcker, Höcker. Hier, hier, hier. So, nächste. Hinterher. Abmarsch. Schnell, schnell, schnell. Okay, warte. Erst mal alle hier hin. Karl-Heinz ist dabei. Noël, du musst den Schlüssel am Ende des Raumes holen, die Stühle von der anderen Seite öffnen. Für jede Berührung der Schnüre gibt es eine Zeit. Okay, halt den Anzug strass. Halt den ganz strass und versuch nicht zu berühren. Los, hopp, die Zeit läuft. Da unten lang. Da unten lang. Und jetzt in das Loch da. Ganz vorsichtig ins nächste Loch. Super, super, super. Weiter, weiter, weiter. Ganz die Ruhe bewahren. Okay, nicht schlimm. Alles super. Du machst das. Am besten. Nee, dann drunter passt du nicht. Und jetzt tu das eine Bein über das andere Schnüre. Rechtes Bein hoch. Genau, super. Der macht das super. Lass ihn. Der macht das schnell und gut. Super, Noël. Ganz toll. Perfekt. Super. Nimm den Schlüssel. Schlüssel. Rauch aus dir. Schließ uns aus. Perfekt, perfekt. Du schaffst das. Sehr spätig. Okay, okay, okay. Und go. Super. Ausgang, ausgang, ausgang. Und raus. Schnell, pop, 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 pop. Zeit, 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 Zeit. Schnell. 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 Ihr schafft das. Schnell. Ich bin dabei. Ja, ja, ja. Schnell eins. Katja? Ja. Ja, ja. Sehr schön gemacht. Hat es euch gefallen in unserer kleinen Höhle? Ja, super. Das war sehr schön, ne? Und fünf Minuten, vier Sekunden habt ihr gebraucht. Das ist ein sehr, sehr guter Wert. Wir gucken mal, wie sich Familie von Groningen geschlagen hat. In unserer schönen, kreativen Deckenhöhle. Bitteschön. Auf geht's. Auf geht's. Okay, auf. Emma, du musst da durch. Emma, du musst da durch. Emma, du musst da oben rein. Hey. Komm, du hast keine Macht. Oh, das ist ganzes Leben, ne? Doch, laupe, doch, laupe, doch, laupe. Krieg, krieg, krieg. Eine Mutter hat vier Töchter. Jede Tochter hat einen Bruder. Bringe alle Kinder... Fünf. Bringe alle Kinder der Mutter mit raus. Sie hat vier Töchter? Ja. Vier Töchter. Und jeder hat einen Bruder. Es sind fünf. Vier Mädchen, ein Junge. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Was steht da? Was steht da? Ihr dürft erst weiter, wenn ihr die passenden Teile eingesetzt habt. Ach, die Puzzle. Da sind Puzzleteile. Wo? Wir dürfen bis da. Wo sind Puzzleteile? Ich hab sie noch nicht gesehen. Aber hier fehlen noch welche dann. Wo sind die Puzzleteile? Da irgendwo drin wahrscheinlich. Hier. Ach, da geht ihr vor. Hier, all die blauen Dinger. Ach, mein Gott. Ne, wir brauchen eins mit zwei Runden. Hier, auch eine Runde. Jetzt ein Viereck. Ich hab hier das Endstück. Was hier? Ich hab ein Dreieck. Nein, nein, ich hab ein Dreieck. Ja, dann die zwei. Und dann den? Macht mich auch drinnen, den Hof nicht so gut. Und durch geht's. Immer durch? Ja. Hier rein. Oh, oh, oh. Wühlen, 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 wühlen. Da sind Sachen, wie versteckt sich das. Boah. Welches Tier wird gesucht? Der Hinweis versteckt sich hinter den Karten. Drei von euch treten an. Ihr habt 90 Sekunden Zeit, das richtige Tier zu identifizieren. Spiel beginnt. Jawohl. Ich, ich. Weiter. Reicht. Mach die nächsten. Genau. Ich lebe. Mach weiter. Ich. War. Nee. Ich hab nichts mehr. Unten Rücken. Ja. Hab ich auch gemacht. Hübele, kommt nichts rum. Nee, weil du den unteren bewegst. Scheiße. Du es nicht. Doch. Genau. Papa. Papa. Ich wachse. Wechse. Ich wechsle meine Farbe. Dann Chameleon. Ich wechsle. Ja. Ja, ich wechsle. Chameleon. Weiter weiter. Wow. Erste. Ey, wir dürfen niemanden zurücklassen. Tom, du musst den Schlüssel am Ende des Raums holen und damit deiner Familie die Tür von der anderen Seite öffnen. Kann ich hin. Für die Berührung der Schnüre gibt es eine Zeitstrafe. Vorsicht. Langsam, langsam, Tommi. Tommi, rüstig. Tommi, du ziehst sie. Du sollst sie nicht berühren. Du hast eine Mütze oben. Vorsicht. Zieh die Mütze auf. Und jetzt ganz ruhig. Wir haben ganz viel Zeit, Tommi. Ganz in Ruhe. Ja. Und machs ganz in Ruhe. Ich hab auch Puls. Gehört dazu. Ganz in Ruhe. Kriegst du den. Ach, diese Kapuze. Das schaffst du, Tommi. Super. Das liegt alles nur an den Lein. Da sind viel zu viele Blöckchen befestigt. Super, Tommi. Der geht nicht ab. Und jetzt rauf einmal rum. Und durch. Rechtsausgang. Da zieht sie. Emma, warte. Emma, haben Sie der Wache schon. Hier, wir sind durch. Erster. Komm. Weiter. Komm mal. Komm mal. Komm mal. Hopp. Ja, es war eng. Es war eng. Aber auch die Familie van Groningen war schneller aus der Höhle wieder raus. Und hat sich den Punkt geholt. Hat es euch denn gefallen da drin? Super. Ja. So was hätte ich gerne gehabt. Oder hab ich nicht. So was hättest du gerne gehabt? Zu Hause. Bei Nia. Im Garten. Ja. Oben ist mein Zimmer. Vielleicht muss dann in eine Höhle reingebaut werden. Aber schön, dass auch die erwachsenen Teilnehmer unserer Spielshow mal wieder Kind waren. Und auf allen Vieren durch die Höhle gekrabbelt sind. Ihr habt das beide ganz, ganz toll gemacht. Riesenapplaus an dieser Stelle. Toll. Und das Höhlenrennen ergibt einen neuen Spielstand. Wir gucken mal, wie sich die Punkte hier verteilen. Und jetzt langsam. Wirds eng. Wirds eng. Wirds eng. Wirds memories Hayır nicht. So was wäre. We said das